Hi, schön bei diesem Adventskalender dabei zu sein, danke an brauny.tv mit vielen coolen Kollegen. Oh geil, ist mir gerade eingefallen. Egal, könnt ihr behalten. Ich spreche heute über einen meiner Lieblingsfilme, ja nur einen meiner Lieblingsfilme, nicht den, weil ich den nicht wirklich habe. Und bei so vielen Filmen, die wir gesehen haben, egal ob jetzt hier unsere wir Filmnerds oder auch Normalos, ist es schon heftig einfach bei den Lieblingsfilmen zu sein, muss man einfach sagen. Der Film ist aus dem Jahr 2007, Regie, Brad Bird, genau, vom Phantom Protocol, den Mission Impossible Film regiert, so wie Unglaublichen 1 und 2, und da kommen wir schon näher, Ratatouille. Es geht um Ratatouille aus dem Jahr 2007, habe ich eben schon gesagt, sage ich jetzt trotzdem nochmal, weil ich es jetzt gemacht habe. Ich liebe den, ich liebe den für die Art, wie er Essen darstellt, dieses Thema, diesen Genuss. Ich habe gleichzeitig meinen Spaß, ich liebe die Atmosphäre, wie sie dargestellt wird. Irgendwie so einen Realismus zu schaffen und dann dieses kleine bisschen am Realismus vorbei, auch wie Essen zum Beispiel dargestellt wird. Und dem dann kreative Fantasie einfach zu geben und dann was ganz Neues zu schaffen, so wie Essen nie sein könnte, aber wie man es sieht und fühlt. Und das finde ich halt so toll an dem Film. Der Film erzählt nicht wirklich die heftigste Geschichte und ist schon gar nicht die intelligenteste Geschichte, sagt aber trotzdem viele wichtige Dinge aus. Aber das Beste, was er kann, ist einfach genussvoll den Film zu erleben, so wie die Personen das Essen zelebrieren. Und das macht ihn für mich halt so außergewöhnlich, dass ich ihn immer wieder schauen kann. Wir haben Skinner, eine Figur, die ich schon fast am coolsten finde, den halben Bösewicht. Es gibt irgendwie zwei Bösewichte, einer ist der unser Kritiker, Ego, der Name schon alles sagt, und Skinner, der Chefkoch, der den Laden an den Schließen will und so eine Kette draus machen will, eine Franchise-Kette. Und der macht so witzige Sachen, die sind so im Kopf geblieben, wenn er immer sagt, das ist ja dubios, dubios oder das ist ja elefantösen Ausmaßes und solche Sachen. Ich liebe es einfach. Oder auf die Unseriosität, irgendwas komisches, so Wörter es nicht gibt, aber die sind so geil, das bleibt immer im Kopf drin. Und ich mag es auch, dass alle Figuren einen französischen Akzent haben, die dem nochmal mehr geben, dieses in Frankreich, dieses Schön, dieses Genießen, dieses Ding, obwohl die es ja nicht bräuchten, weil es ja alle Franzosen sind und wieso sprechen die mit französischem Akzent miteinander, ist hier aber total unwichtig und ist halt eine kreative Entscheidung, die ich halt liebe. Ich liebe die Ratte, Remy, die so diese Fish-out-of-Water-Geschichte ist, so er lebt eigentlich in der Vorstadt quasi, unterer Mittelstand oder arm sogar eigentlich mit den anderen Ratten und kommt dann durch Zufall nach Paris in die Großstadt und sein Talent, was er hat, was er selbst gefunden hat, was wirklich ein Talent ist, da ausleben zu können. Und dann von kleinem Tellerwischer sozusagen irgendwie so einen Aufstieg zu schaffen, so dieses Ding, so jeder kann kochen, jeder kann was werden, jeder kann was aus sich machen und so, das erzählt der Film auch. Er hält sich halt wirklich nicht mit den Charakteren auf und schafft einfach ein schönes Ding und das Größte, was jetzt, ich nenne es mal jetzt Filmkritiker hier, mich und meine Kollegen, die das hier so hobbymäßig machen, dass er das auch nochmal an den Punkt bringt, das Kritisieren an Essen, an etwas, was andere Leute erschaffen aus sich selbst heraus und so weiter. Aber jetzt glaube ich schon irgendwie scheiße. Guckt euch Ratatouille auf jeden Fall an, habt schöne Weihnachten, ich hasse Weihnachten, nein, nein, ich liebe Weihnachten, ich finde es mal geil. Danke, mein BraunerTV, viel Spaß bei den anderen Türchen, ich weiß gar nicht, welche Tür ich bin, bin gespannt, bin gespannt, dann sage ich einfach Bye. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen, wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen, ansonsten sehen wir uns morgen wieder, bis dann, ciao.